Tag 472. Heute gibt es viele Neuigkeiten aus dem Raum Velika Novosilka. Hier verstärkten die Ukrainer nach einer kurzen Umgruppierung die Intensität ihrer Angriffe, um die neu eroberten Stellungen zu nutzen und neue Gewinne zu erzielen. Eine der Hauptvorstoßachsen wurde das Hügelland westlich des Flusses. Wenn wir uns die topografische Karte ansehen, sehen wir, dass die Ukrainer direkt oberhalb der Siedlungen Fuß gefasst haben. Selbst wenn die russischen Behauptungen wahr wären und sie die Siedlungen tatsächlich zurückerobert hätten, würden sie sich dort, wie ich euch schon beim letzten Mal gesagt habe, aufgrund des überwältigenden Feuers von den Hügeln nicht lange halten können. Und genau das ist geschehen. Heute bestätigten russische Quellen, dass sie beschlossen haben, sich aus Niskutschne in sicherere Stellungen zurückzuziehen. Ukrainische Quellen veröffentlichten außerdem Drohnenaufnahmen, die bestätigen, dass die Russen ihre Stellungen um Storosche W ebenfalls aufgegeben haben. Einige russische Quellen, die nicht dem Mainstream angehören, behaupten, dass die Frontlinie unter dem Druck der zweiten ukrainischen Angriffswelle bis nach Makarivka zusammengebrochen sei. Doch das ist erst der Anfang. Denn die Ukrainer starteten auch einen massiven Angriff aus Solota, Neva. Russische Quellen berichteten, dass die Ukrainer zunächst einen kleinen Angriff auf Novodunetsk gestarteten, um die russischen Kräfte zu fixieren und die Flanken zu schützen, während sie fast gleichzeitig einen starken Angriff auf Urushaini starteten. Selbst die bekanntesten russischen Quellen bestätigen, dass die Ukrainer sehr schnell die Baumreihe genommen haben und dass die Kämpfe direkt vor der Siedlung stattfanden. Wie ihr schnell feststellen könnt, hat dieser Angriff die russischen Kräfte im Blahodatne vollständig abgeschnitten und russische Quellen bestätigen, dass sich die russischen Kräfte zurückzogen, um nicht eingeschlossen zu werden, was bedeutet, dass die Ukrainer Blahodatne ohne einen einzigen Schuss genommen haben. Außerdem gibt es mindestens drei weitere Angriffslinien entlang des westlichen Abschnitts der Frontlinie, nämlich in Richtung Rivnopil, Novodarivka und Levadne. Die jüngsten Berichte deuten darauf hin, dass die Ukrainer weitere Baumreihen vor den Siedlungen eingenommen haben. Allerdings sind die Angriffseinheiten angeblich klein, sodass es sich vorerst nur um unterstützende Angriffe handelt. Insgesamt gelang es den Ukrainern, in einwöchigen Sturmangriffen bei Velika Nowosilka rund 95 Quadratkilometer Gelände zu befreien. In der Region Kherson standen nach der Zerstörung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowska 600 Quadratkilometer Boden unter Wasser. Dies bedeutet, dass sich die Topografie der Region völlig verändert hat. 90 Prozent von Oleschki und Holab-Pristan, den wichtigsten russischen Befestigungen, in denen die Russen den größten Teil ihrer Ausrüstung versteckt hielten, wurden vom Wasser überschwemmt. Die Überschwemmungen haben auch viele russische Feldbefestigungen der ersten Reihe zerstört, die das russische Militär zur Abwehr ukrainischer Angriffe einsetzen wollte. Die rasche Überflutung zwang die russischen Soldaten, so schnell wie möglich zu evakuieren. Kürzlich veröffentlichtes Filmmaterial zeigt, wie die Russen Boote des örtlichen Touristenzentrums benutzen. Zum großen Pech für die Russen gab es nur noch blaue und gelbe Boote. Jüngste Aufnahmen zeigen auch, dass die Russen ihre Transporthubschrauber einsetzen mussten, um vor der Nährung Kinnborn zu evakuieren, da die Überschwemmungen berichten zufolge die wichtigsten Versorgungsstraßen abgeschnitten hatten. Die Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, Natalia Humenjuk, erklärte, dass die russischen Streitkräfte an einigen Stellen bis zu 15 Kilometer zurückweichen mussten. Anwohner zeigten auch, was oberhalb des Dammes geschah. Durch die allmähliche Entleerung des Stausees ist die Breite des Flusses um mehrere Kilometer geschrumpft. Wenn wir uns die Satellitenaufnahmen ansehen, können wir erkennen, dass weite Gebiete trocken liegen und zu Land geworden sind. Wenn wir den Kontrast des Bildes erhöhen, können wir auch sehen, wie schmal der Hauptsturm selbst ist. Das bedeutet, dass die Ukrainer, wenn der Wasserstand weiter sinkt, eine Pontonbrücke errichten und einen mechanisierten Angriff auf einen völlig ungeschützten und unbefestigten Teil der Frontlinie durchführen können. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und meine Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Kauf im Onlineshop UA Supporter in Betracht ziehen. Hier findet ihr viele Produkte mit ukrainischen Symbolen, mit denen ihr nicht nur eure Unterstützung für diesen Kanal, sondern auch für die Ukraine zeigen könnt. Der Link zum Onlineshop befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.